Hi Leute! Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden. Das hoffe ich natürlich sehr. Ich hatte sehr, sehr schöne Weihnachten, wie immer. Auch wenn es mir im Moment ja nicht ganz so gut geht, körperlich wie psychisch. Nichtsdestotrotz hatte ich schöne Weihnachten. Und wie das immer so ist, wenn Weihnachten vorbei ist, kommt ganz schnell das neue Jahr. Und dann kommen natürlich auch die ganzen Jahresfavoriten. Ich dachte mir, dass ich das dieses Jahr ein bisschen einf... einfacher... nee, einfacher nicht. Naja, obwohl... naja, jedenfalls mache ich es dieses Jahr ein bisschen anders. Denn ich glaube, wenn ich ein einzelnes Video zu meinen Jahresfavoriten dieses Jahr gedreht hätte, wäre das wahrscheinlich eine Stunde lang. Und ich dachte mir, da sich auch nicht jeder für jedes Thema Beautymäßig interessiert, also manche interessieren sich nicht für Foundation oder nicht für Lippenprodukte oder sowas, teile ich das ein kleines bisschen auf. Ist auch ein bisschen eine Entschädigung dafür, dass ich im Moment nicht ganz so oft die Videos hochladen schaffe, wie ich das sonst halt immer mache. Deswegen gibt es jetzt vier Videos, also vier Jahresfavoriten-Videos. Genau hintereinander werde ich sie hochladen. Dann habt ihr vier Tage lang ein neues Video von mir. Heute sind Base-Produkte dran, also das heißt Foundation, Puder, Concealer und so weiter. Dann kommen noch einmal Highlighter und Blush zusammen in einem Video. Augenprodukte, wozu auch Augenbrauen gehören, kommt in einem Video. Und dann noch die Lippenprodukte. So habe ich dann alles abgedeckt. Jeder kann nur die Videos gucken, für die er sich halt interessiert. Und ja, ich würde sagen, wir legen sofort los. Nein, wir legen noch nicht los. Denn, ich wollte kurz erwähnen, in meinem letzten Video habe ich ja gesagt, rate doch mal, was ich mit meinen Haaren gemacht habe, also farbmäßig. Und da war tatsächlich eine, die das erraten hat. Ich werde den Namen jetzt nicht sagen, weil ich immer nicht weiß, ob demjenigen das so recht ist, wenn ich den Namen im Video erwähne. Aber auf jeden Fall, diejenige weiß ja, dass sie gemeint ist. Sie hat nämlich geraten, lila, blau, grün. Und genau das habe ich auch gemacht. Meine Haare habe ich jetzt mittlerweile schon zweimal oder so gewaschen. Also es ist jetzt schon ein bisschen mehr verblasst. Aber es sieht, finde ich, immer noch gut aus. Das Lila hätte ich vielleicht ein bisschen weiter runterziehen sollen. Aber wenn ich es länger behalten will, wächst es ja weiter runter, quasi mit dem Nachtönen. Und ja, also ich mag es total gerne, habe das so noch nie gehabt und wollte ich nur mal kurz so eben erwähnen, dass ich das so sehr erstaunlich fand, dass jemand das so genau erraten hat. Aber genug davon, fangen wir jetzt an mit dem Video. Das erste ist natürlich Primer. Und zwar haben mich zwei Primer dieses Jahr besonders begeistert. Einer davon ist der Manhattan Perfect & Protect Multi Protection UV Primer mit Lichtschutzfaktor 25. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich ihn ursprünglich gekauft habe. Weil ich halt einfach im Sommer gerne einen Lichtschutzfaktor noch dazu habe, zu der normalen Creme und so weiter und so fort. Auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr gut, dass hier so ein hoher Lichtschutzfaktor drin ist. Hat sich aber auch herausgestellt, dass ich ihn auch ansonsten super toll finde. Er hat eine weißliche Konsistenz. Wenn man ihn aber aufträgt, wird er im Endeffekt durchsichtig. Irgendwie, obwohl er jetzt kein Color Correcting drin hat, also es ist jetzt kein grüner Primer, der Rötungen minimiert oder sonstiges. Nichtsdestotrotz habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass er meinen Hautton leicht ausgleicht. Er lässt meine Haut strahlender wirken, irgendwie frischer. Hat auch eine kleine Porminimierende Wirkung. Und das finde ich richtig, richtig toll. Jede Foundation, die ich bisher ausprobiert habe, hat sich wunderbar über ihn auftragen lassen. Also gar keine Probleme, was das angeht. Und ja, meine Foundation hält sehr gut mit diesem Primer zusammen. Und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Also ich habe selten einen Primer gehabt, der so viele Dinge vereint hat. Also dass er meine Foundation ein bisschen länger haltbar macht. Zumindest habe ich das Gefühl. Also ich habe das jetzt nicht getestet, halb, halb oder sowas. Also halb Primer, halb nicht Primer. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass meine Foundation ein bisschen länger dadurch hält. Aber was ich halt besonders gut finde, dass er eben meine Haut strahlender wirken lässt. Eben ein bisschen schon den Hautton ein bisschen ebnet, sage ich immer, ebenmäßiger erscheinen lässt. Und solche Sachen. Deswegen, ich finde ihn super gut. Kann ihn wärmstens empfehlen. Und aus der Drogerie ist er auch noch nicht mal besonders teuer. Man bekommt 30ml, ich glaube für ungefähr 6 Euro um den Dreh. Finde ich absolut super. Und der zweite Primer, ich glaube, man kann ziemlich gut sehen, dass ich ihn sehr mag, ist ein reiner Silikonprimer. Also das heißt, den benutze ich wirklich nur an den Bereichen, wo ich vergrößerte Poren habe. Das heißt auf der Nase, hier neben der Nase, im Wangenbereich und ein kleines bisschen am Kinn. Um einfach die Poren zu minimieren und das einfach ein bisschen smoother erscheinen zu lassen. Und das macht er wirklich sehr gut. Ich nehme meistens Schwämmchen, entweder einen kleinen Beautyblender oder ein anderes Schwämmchen und drücke das dann richtig so in die Poren quasi rein. Nicht zu viel Produkt, weil dann kann das auch gerne mal sein mit Silikonprimer, dass die sich so abrollen, sage ich jetzt mal. Also es darf nicht zu viel sein, nicht zu wenig. Drücke das ein bisschen in die Poren rein und dann kann ich ganz normal Foundation-Double auftragen ohne Probleme. Und dann sehen die Poren wirklich deutlich minimierter aus. Ich finde nicht, dass es meine Foundation länger halten lässt oder sowas. Das auf gar keinen Fall. Er macht für mich wirklich nur diesen einen Punkt, dass er die Poren verfeinert. Aber das macht er sehr, sehr gut. Deswegen benutze ich ihn sehr gerne. Und wenn ich den aufgebraucht habe, kaufe ich ihn auch nach. Ich hoffe, es gibt ihn noch bei P2. Weil ich meine, ich habe ihn noch gesehen. Ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt, weil der wirklich, wirklich gut ist. Zumindest, wenn man die Poren minimieren will. Dann kommen wir als nächstes zu Foundation. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr, also ich mag die Catrice Even Skin Tone Foundation zum Beispiel. Die gibt es ja aber leider nicht mehr. Welche ich noch sehr empfehlen kann, ist die Rivalde Loup Young Skin Optimizer Foundation. Finde ich auch wirklich eine tolle Foundation. Aber was für mich das Allerwichtigste dieses Jahr als Entdeckung für Foundation war, waren einfach diese zwei Mixer. Also das heißt, weiße Foundations. Ich bin ja nun mal sehr, 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 sehr blass. Und habe ständig das Problem, dass alle Foundations, Concealer und so weiter mir immer zu dunkel sind. Immer. Ich habe noch nie eine Foundation gefunden, die wirklich komplett meinem Hautton entsprochen ist. Ich habe vielleicht welche gefunden, die ich, wenn ich sie gut verblendet habe, zum Hals hin runter und so weiter, dass sie okay aussahen. Aber wirklich, dass sie exakt meinem Hautton entsprochen haben, habe ich bisher noch nie gehabt. Aber deswegen muss ich eigentlich alle meine Foundations mischen. Und deswegen sind die hier so wichtig. Ich habe beide dieses Jahr entdeckt und finde beide im Endeffekt gleich gut. Einmal die Illamasqua Skin Base Mixer oder der Skin Base Mixer Foundation Adjuster steht hier noch drauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein so tolles Produkt. Ich habe den zufällig bei TK Maxx ergattert, also diesen Mixer hier. Deswegen, ich weiß nicht ganz, ich vermute mal im Internet wird man alles finden, aber ich weiß nicht ganz, wo man ihn einfach herbekommt, weil ich ihn halt bei TK Maxx erwischt habe. Ich werde aber, wenn er leer ist, ihn auf jeden Fall nachkaufen. Er hat eine recht feste Konsistenz. Also er ist flüssig. Es ist ein flüssiger Mixer, also eine flüssige Foundation, aber relativ, also sie läuft nicht runter. Wenn ich die jetzt hier auftragen würde, würde sie nicht runterlaufen, sondern schon etwas fester. Ich würde auch sagen, dass sie durchaus die Deckkraft der Foundations, mit denen ich sie mixe, ein bisschen verstärkt. Also ein bisschen höhere Deckkraft macht. Deswegen übertreibe ich es nicht mit ihr, weil ich persönlich mag es ja nicht. Kein Full Coverage oder sowas ist ja nicht so mein Ding. Aber dadurch, dass sie eben diese etwas stärkere Deckkraft hat, braucht man davon nicht viel. Es ist wirklich eine rein weiße Foundation mit wirklich genug weißem Pigment, dass es wirklich die Foundation gut aufhält. Ich habe nicht das Gefühl, dass dadurch meine Foundation matter ist oder mehr dewy oder sowas. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass es relativ gleich bleibt. Also die Foundation, wenn ich jetzt eine Foundation benutze, die eher einen mattes Finish hat, wird sie auch damit ein mattes Finish haben, was ich sehr gut finde. Aber die Konsistenz ändert sie halt ein kleines bisschen, weil sie die Deckkraft halt erhöht. Ansonsten finde ich die super, super gut. Man braucht wenig. Sie hat super Pigmentierung. Ich habe alles schon gesagt zu dieser Foundation. Sie ist einfach nur wirklich toll. Und genau das Gleiche kann ich eigentlich auch zu dieser hier sagen. Von LA Girl, die Pro Coverage High Definition Long Wear Illuminating Foundation. Super, super, super Foundation-Mixer. Auch wirklich viel weißes Pigment drin. Das heißt, man braucht nicht viel. Ich finde auch, dass hier diese Foundation ein kleines bisschen die Deckkraft erhöht. Sie ist ein bisschen flüssiger als die Elamasca Skin Base Foundation, aber wie gesagt auch nicht so, dass sie sehr flüssig ist. Lässt sich aber auch mit jeder Foundation, zumindest mit der ich es bisher ausprobiert habe, super gut mixen. Hier allerdings finde ich, das ist mir erst später aufgefallen, aber ich finde, dass sie die Foundations ein kleines bisschen mehr dewy ausschauen lässt. Aber wirklich so minimal, dass ich sagen würde, das fällt kaum auf, nur wenn man wirklich genau hinguckt. Stört mich generell überhaupt nicht, weil ich ja so ein semi-mattes, semi-dewy Finish, sage ich mal, sehr, sehr gerne mag. Deswegen stört mich das nicht, dass sie die Foundations ein bisschen mehr strahlender ausschauen lässt. Man braucht nicht viel Superpigmentierung, lässt wie gesagt die Foundation ein bisschen mehr Deckkraft haben, aber ja, das sind meine absoluten Lieblings-Mixer und ich kann die beide sehr empfehlen, wenn ihr auch so hell seid wie ich und damit immer Probleme habt. Also damit Probleme habt, dass die Foundations über alles dunkel sind. Bei Mineral Foundations sind diese beiden hier und zwar gemixt. Ich trage sie, also sagen wir mal so, die Bare Minerals trage ich mittlerweile nicht mehr einzeln, weil sie mir halt zu dunkel ist und deswegen gemixt. Jedenfalls sind die auch einzeln sehr, sehr toll, aber gemixt sind sie für mich persönlich super, super toll. Einmal ist das die Bare Minerals Original Foundation mit Lichtschutzfaktor 15 in der Farbe Fair, also die hellste Farbe. Ich wünschte, gäbe es noch eine hellere. Und einmal von Lily Lollo die Mineral Foundation auch mit Lichtschutzfaktor 15 in Porcelain, auch die hellste Farbe. Vom Farbton her ist die hier deutlich heller als diese hier. Beide würde ich sagen, haben eher einen gelblichen Unterton, aber die ist wirklich um einiges heller. Nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass sie komplett hell genug ist, dass ich sie alleine verwenden kann und sie exakt meinem Hauptton entspricht. Ich kann sie alleine verwenden, wenn ich sie schön runter verblende und dann sieht es super aus, also kein Problem. Bei dieser hier wird es schwierig. Also die muss ich mischen, weil sie mir sonst wirklich zu dunkel ist und zwar so, dass man es auch sieht. Ich persönlich bin ja ein Fan von Mineral Foundation. Ich finde das ganz, ganz toll, dass man da die Deckkraft sehr gut variieren kann und so weiter und so fort. Ich habe ein ganzes Video zu Mineral Foundation gemacht, wie ich sie auftrage, worauf ich achte, was ich gut finde und so weiter. Ich verlinke euch das gerne hier in der Infokarte. Könnt ihr euch das anschauen, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber auf jeden Fall, die zwei sind so toll gemischt. Optimal. Diese hier von BAM Minerals hat eher ein Dewy Finish, würde ich sagen. Also die ist schon eher glowy. Ich würde es niemandem empfehlen, der sehr ölig ist, weil ich glaube, da wird sie nicht so gut halten, sondern eher für Leute, die normale Haut haben. Vielleicht auch trockene Haut, denke ich, sollte da auch kein Problem sein. Und diese hier hat eher ein matteres Finish, also deswegen finde ich halt diese Mischung zwischen den beiden so toll, weil man halt diesen wunderschönen semi-matten, semi-dewy Finish hat. Also finde ich einfach irgendwie am allerschönsten. Es sieht halt am meisten aus wie Haut. Was die Deckkraft angeht, ist das bei Mineral Foundations halt alles recht variabel, würde ich sagen. Also ich kann eine ganz leichte Deckkraft hinbekommen. Ich kann sie aber auch zu einer mittelhohen Deckkraft hinbekommen. Für Coverage finde ich immer mit Mineral Foundation ein bisschen schwierig, aber zu einer mittleren hohen Deckkraft, sagen wir mal. Und ja, ich finde die beide sehr, sehr gut. Werde mir die definitiv nachkaufen, wenn sie mal leer sind und kann ich sehr empfehlen. Also gerade diese hier für ölige Haut, glaube ich, wird sie auch ganz gut sein, weil sie halt recht matt ist und das vielleicht eher für trockene, normale Haut, sagen wir mal so. Und gemischt ist es für mich mit Mischhaut einfach perfekt. Dann kommen wir zu Concealern. Ich habe einige Concealer dieses Jahr ausprobiert, die ich okay fand, die funktioniert haben. Aber ich habe eigentlich drei Favoriten, die ich tatsächlich meistens sogar alle drei gemischt auftrage. Also ich trage sie alle drei gleichzeitig auf, habe sie auch heute so benutzt. Fangen wir an mit dem MAC Pro Longer Concealer. Ich liebe diesen Concealer einfach. Ich habe ihn in der Farbe NC15, wie man sieht, ich habe ihn schon ordentlich aufgebraucht und ich habe ihn aber schon sehr, sehr lange. Also ich habe keine Ahnung, wie lange, aber zwei Jahre bestimmt. Und ich muss einfach sagen, es ist immer noch meiner Meinung nach einer der besten Concealer, weil er eine wirklich hohe Deckkraft hat. Er hält sehr, sehr lange auf der Haut. Ich finde nicht, dass er irgendwie Fällchen wahnsinnig stark betont oder ähnliches. Wenn man jetzt sehr, sehr trockene Augen, also einen Augenbereich hat zum Beispiel, wenn er sehr, sehr trocken ist, dann wäre ich vielleicht vorsichtig, weil er schon etwas trocken ist. Wahrscheinlich auch durch die hohe Deckkraft. Aber für mich persönlich, wo ich jetzt zwar etwas trockenen Unteraugenbereich habe, Unteraugenbereich, also unter den Augen etwas trocken bin, aber nicht übermäßig, ist er wirklich völlig in Ordnung. Die Farbe könnte natürlich bei mir um einiges heller sein, deswegen mische ich ihn immer. Aber ansonsten, ja, gute Deckkraft, hält wunder, wunderbar. Übrigens finde ich den auch genial als Primer unter Lidschatten. Das ist einfach, da hält jeder Lidschatten bombenfest, ohne Probleme. Ich benutze meistens gar keinen Lidschattenprimer, weil ich einfach den Concealer nehme, mache ihn auch auf mein Lid drauf und fertig. Er ist nicht günstig. Man bekommt aber 9ml, was echt nicht wenig ist. Man braucht ganz wenig nur von ihm, weil er eben so gut deckend ist und weil er eben wirklich sich sehr, sehr gut verteilen lässt. Also man braucht nur eine kleine, kleine Mini-Größe und kann damit wirklich den ganzen Augenbereich bearbeiten, sage ich jetzt mal. Deswegen, ja, für mich ein Favorit und ich werde den definitiv nachkaufen, wenn ich den leer gemacht habe. Dann mein persönlicher absolut Lieblingsconcealer, vor allen Dingen wegen dem Finish. Ich denke, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass der Catrice oder beziehungsweise die Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer oder doch der High Coverage Concealer. Ich habe ihn hier in der Farbe 005 Light Natural. Ich habe aber auch den 010, die ich beide abwechselnd benutze, denn ich mische das ja, wie ich ja schon gerade gesagt habe. Ich mische das mit einem Concealer, den ich euch gleich zeige. Im Prinzip fast jeden Concealer, den ich benutze, mische ich mit dem, den ich euch gleich zeige. Aber auf jeden Fall. Er hat eine gute Deckkraft, dieser Concealer. Ich würde nicht sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, welcher hat mehr Deckkraft, würde ich sagen, hat der Pro Longwear ein kleines bisschen mehr Deckkraft. Aber das Finish ist halt bei dem hier so toll. Und die Deckkraft ist gut. Also, man soll jetzt nicht denken, dass sie nicht gut ist. Ich würde sagen, eine mittlere bis hohe Deckkraft, aber nicht Full Coverage. Das würde ich nicht sagen. Nichtsdestotrotz hat er eine gute Deckkraft. Was ich an ihm liebe, wie ich es jetzt schon hundertmal erwähnt habe, ist einfach das Finish. Also, gerade wenn ihr trockene Haut habt, meiner Meinung nach, er lässt die Haut so smooth ausschauen. Wenn ich irgendwelche trockenen Stellen hier auf der Wange habe, da neige ich nämlich dazu, und den hier benutze, die werden nicht irgendwie hervorgehoben. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, die wirken sogar ein bisschen minimiert. Ich kann das nicht beschreiben, aber ich finde, er hat ein so wunderschönes Finish. Er lässt irgendwie Poren minimierter erscheinen. Alles sieht einfach so richtig smooth aus und fast wie so ein kleiner Blur-Effekt dabei. Also, ich liebe ihn über alles. Er steht drauf, glaube ich, dass er waterproof ist. Das kann ich nicht bezeugen. Also, auch wenn ich ihn unter Auge benutze und mein Auge tränt, dann geht der Concealer da auch weg. Also, ich finde nicht, dass er waterproof ist, sagen wir mal so. Aber alles andere macht er super. Er hält bei mir sehr, sehr gut, wenn nicht gerade mein Auge irgendwie das alles wegwäscht. Aber ansonsten hält er super, super toll. Auch er lässt meinen Augenbereich nicht irgendwie extrem trocken ausschauen oder sonstiges. Wenn ich ihn sette, übrigens sette ich meine Concealer immer. Also, ich sette die immer und gesettet halten die alle bombenfest. Der Prolonger Concealer ist tatsächlich aber einer der wenigen Concealer. Auch wenn ich ihn nicht sette, hält er wirklich sehr, sehr gut. Und creased dann auch nicht übrigens. Den hier, würde ich sagen, muss man setten. Ansonsten creased er. Wenn man ihn aber gesettet hat, creased er gar nichts. Hält wunderbar. Ich liebe ihn einfach. Und wenn Catrice den jemals aus dem Sortiment nimmt, dann werde ich stinke, stinke sauer. Und dann werde ich 20, 30 Stück davon kaufen müssen, weil ich ihn so liebe. Ich mische ihn mit jedem Concealer, einfach weil er dieses schöne Finish hat. Und das ist der Concealer, von dem ich gerade geredet habe, den ich eigentlich immer mit reinnehme zu mischen. Einfach, um die Concealer, die ich benutze, aufzuhellen. Und zwar ist das der NYX HD Studio Photogenic Concealer in der Farbe Lavender. Also CW11 Lavender. Es ist ein heller, ein hell-lila Ton, ein Lavender Ton. Lavender? Lavendel Ton. Das ist einfach perfekt, um Concealer aufzuhellen. Der hat eine schöne Deckkraft. Ich habe übrigens auch da die normale Version davon in der hellsten Farbe. Und der ist wirklich sehr, sehr schön hell. Was ich sehr positiv finde. Also die hellste Farbe, ich meine jetzt nicht der lila, wobei der lila auch recht hell ist. Ich rede schon wieder um den heißen Bereich herum. Jedenfalls ist dieser hier perfekt zum Mischen. Er hält die Concealer wunderbar auf. Nimmt Concealern, die vielleicht zu gelbstichig sind, etwas. Diesen Gelbstich nimmt er halt ein kleines bisschen weg und lässt ihn ein bisschen neutraler wirken. Was für mich sehr, sehr gut ist, weil ich eher einen neutralen bis leicht gelblichen Hautton habe. Aber relativ neutral. Deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Mischen ist er perfekt. Ich wünschte nur, es wäre ein bisschen mehr drin. Ich finde, hier ist ein bisschen wenig drin. Hier sind nur drei Gramm drin. Wird immer relativ schnell leer. Das ist das Einzige, was ich an ihm bemängele. Wenn ihr ihn ausprobieren wollt, ich meine jetzt die normalen Farben, wie schon gesagt, da habe ich auch die hellste Farbe im Moment. Das hier ist die hellste Farbe von ihm. Das ist die CW01 Porcelain. Und wie gesagt, ich finde die Farbe schon recht schön hell. Nichtsdestotrotz mische ich noch ein kleines bisschen rein, damit es dann perfekt ist. Ja, guter Concealer. Egal, ob ihr jetzt den Lavendelton hier nehmt oder diesen hier, den ganz normalen. Denn auch den finde ich wirklich sehr schön. Ich finde, er ist ein bisschen, wenn man den jetzt alleine verwendet, ein bisschen trockener. Als jetzt zum Beispiel der von Catrice. Nichtsdestotrotz hat der eine mittlere Deckkraft, lässt sich gut auftragen, hält den ganzen Tag, wenn man ihn gesettet hat. Und ja, das sind definitiv meine absoluten Lieblingsconcealer. Und wie gesagt, im Moment benutze ich immer diese drei hier gemischt. Also ein kleines bisschen davon, ein kleines bisschen davon, ein kleines bisschen davon. Und das ist so mein persönlicher Traumconcealer. Bisschen High Maintenance, wie man jetzt so sagen würde im Amerikanischen. Aber ja, oder im Englischen, wie auch immer. Ich finde diese Concealer toll. Finde sie einzeln toll und gemischt sind sie grandios. Dann kommen wir jetzt zu Pudern. Da muss ich euch leider auch ein EE-Produkt zeigen, weil das mein absolutes Lieblingspuder dieses Jahr war. Also unter anderem, ich zeige euch zwei Produkte. Ansonsten versuche ich möglichst in diesen Videos keine EE-Produkte zu zeigen. Vielleicht kommt mal eins oder sowas, schleicht sich mit rein. Aber generell finde ich es immer so blöd und gemein, wenn ich irgendjemanden anfixe für Produkte, die er dann wirklich gar nicht mehr bekommen kann. Also ich habe das ja auch öfters, wenn ich irgendwelche Sachen sehe, die es nicht mehr gibt. Und ich sie abgöttisch gerne hätte. Abgöttisch gerne hätte. Und ich sie gerne hätte. Deswegen mache ich es nicht so gerne. In dem Fall... Ach, ich liebe dieses Puder einfach. Und zwar ist das von Essence aus der Little Beauty Angels LA. Die Color Correcting oder das Color Correcting Anti-Dulness Loose Setting Powder in der Farbe 02 am Flawless Lily. Was ein lavendelfarbenes Puder ist. Also ein sehr, sehr heller, lila Ton ist das. Und ich liebe dieses Puder so sehr. Ich habe es auch heute benutzt. Ich finde, dieser leicht lilafarbene... Wie soll man sagen? Also es ist halt nur leicht lilafarben. Es ist halt nicht wirklich, dass man das Gefühl hat, man pudert sich jetzt mit irgendeinem lila Puder ein. Sondern es hat nur einen leichten Lavendelton. Was meinem Hautton aber sehr, sehr gut tut. Meine Haut sieht dadurch strahlend aus. Ich finde, die Haut sieht etwas heller aus. Also was ich damit meine ist, wenn ich jetzt irgendeine Foundation habe oder sowas und habe es nicht ganz so hell gemischt, wie es hätte sein müssen. Auch wenn das nicht ganz so ist wie ein weißes Puder, was gleich noch kommt. Hat es trotzdem so einen, bei mir zumindest, so einen leicht aufhellenden Effekt. Irgendwie sehe ich mit diesem Puder frischer aus und weiß ich nicht. Es sieht einfach nur schön aus durch diesen leichten lila Tern. Aber ich finde auch das Puder an sich gut. Es hält mich wirklich schön matt, aber auch nicht übermäßig matt, was ich ja sehr gut finde. Lässt die Haut einfach nur sehr, sehr schön ausschauen und hält gut. Deswegen, ich finde das so toll und ich freue mich total, dass die liebe Lou mir ihr es geschenkt hat. Weil ihrem Hautton hat das nicht ganz so gut gefallen, dieser lila Ton. Deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich da noch ein Backup habe. Aber wenn das leer ist, werde ich darüber sehr traurig sein und muss auf die Suche nach einem anderen guten lilafarbenen Puder gehen. Weil das finde ich wirklich sehr, sehr schön und ich hoffe, dass Essence das vielleicht nochmal irgendwie rausbringt. Aber das hier ist mein Retter quasi bei Mineral Foundations, wenn sie mir zu dunkel sind. Oder irgendwelche anderen Sachen, wenn ich keinen Bock habe zu mischen und trotzdem mein Tear etwas aufhellen muss, ist es dieses Puder, was meinen Hintern rettet. Und zwar ist das von Stargazer das Pressed Powder in White. Wie der Name schon sagt, ein rein weißes Puder. Ich habe davon schon so viele aufgebraucht. Ich glaube, ich habe das bestimmt schon dreimal leer gemacht und ich kaufe es immer wieder. Ich bestelle es immer bei Ebay. Letztens habe ich es aus England halt bei Ebay bestellt, kam aber innerhalb von einer Woche an für 5 Euro, Versandkosten frei und so weiter und so fort. Ich finde es super. Es ist von der Textur her weich definitiv. Es ist nicht übermäßig weich. Also ich habe schon weichere Puder gehabt. Zum Beispiel wenn, also als wenn die sich schon fast so anfühlen, als wenn da Silikone oder sowas drin wäre. Das ist es nicht. Es ist aber definitiv auch nicht trocken. Also es hat wirklich ein seidiges Finish. Es hält wirklich toll auf, weil das wirklich ein weißes Puder ist. Also das ist wirklich weiß mit Weißpigment. Ich würde es niemandem empfehlen, der eine dunklere Hautfarbe hat als ich. Oder zumindest nicht viel, viel dunkler, weil das würde dann schon seltsam ausschauen. Ich benutze es, wie gesagt, sehr, sehr gern zum Aufhell hinterher oder manchmal auch zum matten Highlighten. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel hier am Kinn, Nase, bisschen an der Stirn oder hier im Wangenbereich, wenn ich das bisschen aufhellen will, nehme ich das zum matten Highlighten. Aber es ist ein schönes Puder. Es lässt die Haut sehr smooth ausschauen. Es ist mattierend, aber auch nicht übermäßig mattierend, finde ich. Also ich schaue damit auch nicht totmatt aus. Hat eine gute Pigmentierung, was ja bei diesem weißen Puder recht wichtig ist, wenn man es zum Aufhellen möchte. Und ja, betont meiner Meinung nach keine Poren noch sonstiges. Es lässt alles wunderschön smooth ausschauen und ja, ist und bleibt ein Favorit von mir. Und das Letzte zum Thema Base-Produkte ist das Setting Spray. Da habe ich im Moment nur eins, was ich wirklich sehr, sehr liebe. Und das ist MAC Fix Plus, der Klassiker. Ich finde einfach, das nimmt das pudrige Finish so toll von der Haut weg. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, wenn ich das benutze, dass mein Make-up dadurch länger hält. Ich weiß nicht, woran das liegt. Viele sagen, dass das daran liegt, wenn man jetzt viel Puder benutzt, was ich im Normalvertrag tue. Und das dann auch mit Wasser quasi wirklich viel Wasser auf die Haut macht und das dann trocknet. Dass es so ein bisschen wie ein Lock-In-Effekt hat und dadurch ein bisschen besser hält. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich wirklich das Gefühl, wenn ich es benutze, dass mein Make-up etwas länger hält. Aber wirklich nur etwas. Also das ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt eine Foundation hat, die sonst nur 6 Stunden hält, dass es mit so einem Setting Spray plötzlich 12 Stunden hält. Nein, das ist auf gar kein Fall. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich MAC Fix Plus benutze, dass mein Make-up länger frisch ausschaut. Ich glaube, das ist es eher. Das ist gar nicht, dass es länger hält, sondern irgendwie länger frisch ausschaut. Ich glaube, so ist es eher richtig. Und natürlich, ich finde es super, wenn ich irgendwie Lidschatten nass benutzen möchte. Mir fällt das Wort nass nicht ein. Oh Gott. Wenn ich sie auf jeden Fall feucht benutzen möchte oder nass, wie auch immer. Eher feucht, würde ich sagen. Nass sollte man es vielleicht nicht machen. Ist MAC Fix Plus natürlich super. Und ja, ist nicht mehr allzu viel drin. Und ich finde es auch ehrlich gesagt etwas überteuert. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich werde es mir nachkaufen, wenn es leer ist, weil ich es wirklich sehr gut finde. Vor allen Dingen, es hat auch nicht irgendwie einen extremen Geruch oder sonstiges. Und das finde ich natürlich auch sehr schön. Weil wenn ich mich damit stark einsprühe, was ich meistens mache, wenn ich es benutze, möchte ich nicht so einen übermäßigen, starken Geruch haben. Und was ich auch toll finde, im Gegensatz zum Beispiel zu dem Setting Spray von Essence, was ich ja nicht ganz so gut finde. Es lässt keinerlei Film auf dem Gesicht. Also bei dem vom Essence habe ich immer das Gefühl, dass ich so einen leicht klebrigen Film auf der Haut habe. Und das ist bei dem hier halt 0,0 der Fall. Deswegen ja, ich liebe es. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will unbedingt noch das von Urban Decay, das All Nighter Setting Spray ausprobieren. Weil das soll ja wirklich richtig gut helfen, dass das Make-up auch länger hält. Also wie gesagt, das lässt das Make-up länger frisch ausschauen. Ich glaube, das ist wie gesagt mehr so das, was ich damit sagen wollte. Deswegen ja, das All Nighter wäre toll zu wissen. Auch bis das wirklich auch um einiges länger halten lässt. Wir werden sehen. Aber das ist definitiv im Moment mein absolutes Lieblings-Setting Spray. Oder Fixing Spray, wie auch immer. So, das waren jetzt alle Base-Produkte, die mich im Jahr 2017 wirklich überzeugt haben. Die ich regelmäßig benutze und sehr, sehr liebe. Und ja, ich werde jetzt noch die anderen drei Kategorien für euch abdrehen. Und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bye!